Hallo und herzlich Willkommen zum Empowered Life Podcast, dein Podcast für ein freies, echtes und kraftvolles Leben. Ich bin Heike Dittmers Mindset und Empowerment Coach. Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass du wieder da bist und eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Und in dieser Folge wird es persönlich. In dieser Folge berichte ich von meinem letzten Wochenende in Amsterdam und wie ich selber eine Rapid Resolution Therapie Session bekommen habe von dem Gründer von Rapid Resolution Therapie, John Connelly und was das bei mir ausgelöst hat und verändert hat. Wie du mitbekommen hast, bin ich ungefähr seit einem Jahr dabei, intensiv Rapid Resolution Therapie zu studieren. Ich bin jetzt kurz davor, die Spezialistenprüfung zu machen, weil mich diese Technik wie keine andere einfach so überzeugt. Und ich einfach finde, dass sie aufräumt mit vielen Mythen in der Persönlichkeitsentwicklung, vielen Konzepten, die es so unnötig kompliziert machen, Veränderungen. Und ja, das einen ganz anderen Blick gewährt und auch eine ganz andere Erfahrung mit sich bringt. Und das ist schon mal einer der Hauptunterschiede von Rapid Resolution Therapie. In der Rapid Resolution Therapie wird es immer darum gehen, neue Erfahrungen zu kreieren, weil das eben genau das ist, was die unterbewusste Veränderung bewirkt. Du wirst auf jeden Fall in dieser Folge erfahren, erstmal, was für eine Angst ich hatte und wie mein Mentor John Connelly die aufgelöst hat. Warum Rapid Resolution Therapie so anders ist, aber so wirksam. Ich habe ja im Titel lebensverändernde Erfahrungen geschrieben und ich finde, das hört sich immer so unseriös an, wenn Coaches sagen, ja, in einer Session wird dein Leben anders. Aber für mich war das in dieser Session tatsächlich so und ich erzähle dir warum und warum das so wirksam ist, mit Rapid Resolution Therapie zu arbeiten. Selbst bei tiefgreifenden emotionalen Erfahrungen, die sich im Unterbewusstsein festsetzen. Also, let's go! Ich habe mich am Wochenende in Amsterdam mit einer Gruppe von Rapid Resolution Practitionern, würde ich mal sagen, getroffen. Da sind Psychologen dabei, da sind ganz normale Coaches dabei, Business Coaches, also alle, die daran interessiert sind und schon länger diese Modalität studieren. Und eine der Grundprämissen, warum ich Rapid Resolution Therapie so mag und ich mich da sofort so hingezogen gefühlt habe, ist, dass sie im Grunde genommen sehr viel gemeinsam haben mit der Yoga-Philosophie oder auch mit den Lernen von Eckart Tolle. Nämlich, dass alles im Hier und Jetzt gut und richtig ist, aber anders als die Yoga-Philosophie, wo du das alles lernst, aber nicht lernst, wie du eben damit umgehst, wenn du wirklich Erfahrungen gemacht hast in deinem Leben, die emotional aufreibend waren, sodass du immer noch so einen Rest von Info gespeichert hast, das dann auch in die Realität umzusetzen, Also, weil eben die Daten, die im Unterbewusstsein gespeichert sind, so stark sind, sodass du immer noch so einen Rest von Info gespeichert hast, das wirklich umzusetzen. Denn es ist so, dass die tiefsten Glaubensmuster, die wir haben, sich in dem Moment bilden, wenn wir eine sehr starke emotionale Erfahrung gemacht haben. Also, weil dann eben das Unterbewusstsein abspeichert, das ist wichtig, hier auf eine gewisse Art und Weise zu reagieren. Ich gebe dir gleich ein Beispiel, mein eigenes Beispiel und meine eigene Angst dafür. So, und das bedeutet, dass nichts an dir falsch ist und das ist so eine Mythe aus der Persönlichkeitsentwicklung. Du musst erst dein inneres Kind heilen, jahrelang teilweise, du musst erst mehr Selbstbewusstsein gewinnen, du musst erst deinen Selbstwert stärken. Diese Konzepte, die haben wir so in der Rapid Resolution Therapie gar nicht, sondern in der Rapid Resolution Therapie gehen wir davon aus, dass mit dir alles vollkommen in Ordnung ist, dass auch mit deinem Denken und mit deinem, wie dein Mindset funktioniert, alles in Ordnung ist. Und dass im Grunde genommen es nur darum geht, dass Daten auf eine gewisse Art und Weise gelesen werden, die dann eben dazu führen, dass sich gewisse Ängste zum Beispiel zeigen. So, und was meine ich damit? Bei mir war es zum Beispiel so, wir haben Kommunikation mit dem Unterbewusstsein gelernt, was sehr hilfreich und wirksam ist, weil eben das Unterbewusstsein der größte Part ist für Veränderung, weil im Unterbewusstsein die Emotionen sitzen. Und dann hat John so in die Runde gefragt, wir waren so 22 Leute, wir saßen bei einer der Practitioner in der Küche und dann hat John so gefragt, ja, wer hat ein Problem damit, wenn ich jetzt frage, mach mal die Technik, die ich gerade gezeigt habe und das sind schon komplexe Techniken, weil du einfach sehr präzise sein musst mit deinen Sprachmustern. Und dann habe ich mich so gemeldet und meinte, ja, ich kann das, ich kann das drüben machen mit jedem, aber wenn du jetzt als Autorität dabei bist, dann habe ich Angst, Fehler zu machen oder dann habe ich Angst, das falsch zu machen. Und ich kenne das, also ich kenne das schon mein ganzes Leben, diese subtile Angst, oh, dann mache ich was falsch. Und das führt natürlich dann dazu, dass ich dann darauf achte, oh, hoffentlich mache ich alles richtig, Perfektionismus, manchmal vielleicht auch Zögern, das ist das Symptom, das sich zeigt. Und dann hat John mich nach vorne genommen und meinte, ja gut, ist es okay, wenn wir das auflösen. Und dann bin ich mit ihm nach vorne gegangen und dann fing er gleich schon die Session an und meinte so, ja, jetzt stell dir mal vor, genau, wie ist es denn genau? Erzähl doch mal, wann hast du denn das Gefühl, dass du was falsch machst? Und dann meinte ich so, ja, jetzt, sofort, kaum stehe ich hier, habe ich das Gefühl. Und dann meinte er so, ja, wie, du hast das Gefühl, was falsch zu machen, noch bevor du was überhaupt machst? Ist total unlogisch, macht gar keinen Sinn. Also vom Intellektuellen würde es jetzt gar keinen Sinn machen. Und ich meinte so, ja. Und ich merke schon richtig, wie so die Angst in mir hochsteigt. Und die Sache mit Angst ist ja leider, dass Angst einfach dumm macht, weil Angst die Aufmerksamkeit erhöht und ins Außen bringt und damit den Fokus wegnimmt von der Sache im Hier und Jetzt. Du möchtest ja zum Beispiel auch keinen Zahnarzt haben, der ängstlich ist und auf jede emotionale Reaktion von dir reagiert und Angst kriegt. Oh, habe ich was falsch? Oh Gott, nein, war das falsch? Warten Sie. Manchmal ist das so, wenn man ganz frische Zahnärzte kriegt, das ist so schrecklich, finde ich, die dann so unsicher sind. Es tut mir dann auch, es tut mir auch leid für die Zahnärzte, aber es ist, kann sich keiner entspannen, weder der Zahnarzt noch der Patient. Währenddessen, wenn du einen alten Zahnarzt hast, der sich selbst, ganz in sich selbst ruht, wie so ein Zen-Mönch, dann fühlst du dich auch sofort sicher und dann kann irgendwas passieren, aber es bringt ihn nicht aus der Ruhe, er bekommt dann keine Angst. Angst macht dich leider Gottes dumm, also nicht so fähig, wie du eigentlich sein würdest ohne Angst. Genau, und dann sind wir tiefer in die Session reingegangen und die Rapid-Resolution-Therapie arbeitet sehr schnell und sehr leicht dann eben mit Erinnerung im Unterbewusstsein, aber ohne jetzt in diesen Gefühlen hängen zu bleiben, weil da kam dann plötzlich so ein sehr intensives Gefühl hoch, eine sehr große Angst und dann kam eben eine Panik hoch, die ich weit, weit in der Vergangenheit erlebt habe als Kind, weil ich als Fünfjähriger, wir hatten damals Gänse und wir hatten damals Singvögel und ich hatte jetzt die Aufgabe bekommen, die Vögel zu füttern und diese Singvögel hatten gerade Kinder gekriegt und ich hatte zudem auch noch in dem Alter super Angst vor den Gänsen, weil wer Gänse kennt, weiß, es gibt diese Ganter, die sind manchmal sehr aggressiv oder dominant und die sind immer zu mir gelaufen und haben sich an einen Rock gehängt. Also ich hatte tierische Angst vor den Gantern, also war für mich natürlich klar, ich gehe nicht zu den Gantern, sondern ich gehe zu den niedlichen, kleinen, jungen Vögeln und fütter die. Allerdings wurden die Gänse mit so einer Masse gefüttert, was ich natürlich überhaupt nicht wusste, ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich bin auch gar nicht richtig an dieses Vogelnest rangekommen, habe auf jeden Fall dann diese Masse zu den Vogelküken quasi gekippt und die haben es nicht überlebt. Super dramatisch. Und daraus hat sich so eine Angst entwickelt, wirklich eine physische Angst und damit ein Glaubenssatz, der mit dieser Emotion verknüpft ist, der lautet, ich darf nichts falsch machen. Und so komplex ist unser Human Brain, also unser Geist, dass der eben nicht guckt, ah ja, wenn genau das Gleiche passiert, dann rufen wir diese Erinnerung auf und du bekommst die Emotion, sondern nein, alles was ähnlich ist, löst diese Emotionen aus. Das heißt, ich stehe 45 Jahre später in einem Raum, habe plötzlich dieses Gefühl und denke so, ich weiß gar nicht, was so ist, ich weiß, ich kenne die ja auch alle, die sind ja alle wohlgesonnene Menschen und dennoch taucht diese intensive emotionale Erfahrung bei mir auf. Und dann sind wir tiefer da reingegangen und was Rapid Resolution Therapie eben macht, ist nicht jetzt diese Emotionen fühlen, wie man das vielleicht in manchen somatischen Praxisen macht, weil man denkt, man würde die dann lösen, aber die Sache ist die, die lösen sich ja nicht auf dadurch, sondern es geht darum, dass das Unterbewusstsein versteht, dass die Situation vorbei ist, dass du, beziehungsweise ich ja dann mit fünf Jahren keinen Fehler gemacht habe, ich konnte es nicht wissen, ich hatte keine, also ich konnte die Verantwortung dafür ja gar nicht tragen, insofern, dass diese Situation so nicht mehr passieren kann. Und das passiert durch, das macht Rapid Resolution Therapie durch Multi-Level-Kommunikation, das bedeutet, sie spricht einmal den Intellekt an, aber eben auch das Unterbewusstsein in Form von Metaphern, in Form von Objektivität. Das bedeutet, wir können ja häufig verstehen, ich gebe dir mal ein Beispiel, also ich kann zum Beispiel verstehen, wenn ich jetzt das Gefühl habe, oh Gott, ich muss erst alles wissen, bevor ich mein Business starten kann, jeden einzelnen Schritt. Ja, und das fühlt sich für mich total real an. Aber wenn ich das dann objektiviere und sage, ja, meine Nachbarin Sarah will gerade ein Business gründen, würde ich der sagen, du musst erst jeden einzelnen Schritt kennen, bevor du dein Business starten willst? Nein, weil dann würde sie auf gar keinen Fall starten, weil es ist ja unmöglich, alle Schritte zu wissen, wenn du dein Business starten willst. und das bedeutet, durch die Objektivierung, dass wir plötzlich die Dinge im Außen sehen, fällt es einem wie Schuppen von den Augen und damit wird die Emotion gelöst, weil du auf einmal schnallst, so hey, erstens ist es, also jetzt wieder in Bezug auf meine Situation, es ist vorbei, it's not happening now, weil das macht ja häufig das Unterbewusstsein, dass es dann denkt, oh, ähnliche Situation, das passiert jetzt, jetzt brauchen wir die gleichen Emotionen, die gleichen Gedanken, damit du sicher bist. Und das Zweite ist, ich habe nichts falsch gemacht, ich konnte es gar nicht anders machen. Das ist übrigens auch eine der Prämisse beim RRT, dass du nichts falsch machen kannst. It's impossible to make something wrong. Das finde ich auch sehr, sehr hilfreich, weil das komplette moralistische Denken, oh, das wäre besser gewesen, dies wäre so, das wäre so, einfach lahmlegt und deine Energie sofort ins Hier und Jetzt zurück holt. Du kannst nichts falsch machen, weil du es nicht anders hättest tun können. Auf Basis deiner Konditionierung, da sind wir wieder in der Yoga-Philosophie, Vastu Samye Chitabedat Tayor Vibhaktaha Pantaha. Jedes Objekt ist von sich aus leer, das Prinzip von Shunya, und erhält seine Bedeutung durch die Art und Weise, wie du es wahrnimmst, das bedeutet, durch deine Konditionierung. Es sagt nichts über die Dinge, die Menschen, die Personen aus, sondern vielmehr über dich und was du wie wahrnimmst. Und damit liegt wiederum alle Macht und alle Kraft bei dir. Das bedeutet, die Welt, die du erlebst, spiegelt dein Innerstes wieder. Deine Projektion, durch die du dem Objekt, der Person, der Situation, deine Bedeutung, deine Bedeutung gibst. Und manchmal wünschte ich mir so sehr, das wäre anders, aber es ist einfach, wie es ist. Weil jeder Mensch ein und dasselbe Objekt unterschiedlich wahrnimmt. Und die Wahrnehmung des Objekts hängt von deiner eigenen Grundverfassung und deinen eigenen Projektionen ab. Und das bedeutet, die Verantwortung, beziehungsweise auch die Macht, mit der du in die Wahrnehmung gehst, bringt dich komplett in die Schöpferkraft. Das bedeutet nicht, dass du immer alles so bewusst umswitchen kannst. Also bei mir zum Beispiel, wenn ich da jetzt gestanden hätte und ich hätte mir überlegt, oh Gott, ich kriege Angst, wenn ich von der Gruppe rede, dann hätte ich mit meinem bewussten Verstand nicht diese Situation mit der Erfahrung in der Vergangenheit verknüpft, weil ich das gar nicht wusste, dass das zusammenhängt. Dann hätte ich vielleicht angefangen, und das ist was, wo ich auch gern aufräume mit diesen Mythen in der Persönlichkeitsentwicklung, nämlich, wenn du dann anfängst, an dir rumzudoktern, nach dem Motto, oh, du hast nicht genug Selbstbewusstsein, du musst dich eher mehr selbst lieben und wichtiger nehmen. Nein, darum geht es ja in dem Moment gar nicht. Das ist die breite Theorie, die gerne auf solche Dinge übergestülpt wird. Denn in dem Moment, in dem das gelöst ist, und John hat das dann bei mir gelöst, und das war eine ziemlich heftige Erfahrung, weil meine Beine richtig gezittert haben. Also ich hatte eine richtige, man würde sagen Trauma-Release, also die Energie ist in meine Beine gegangen, und ich habe so richtig gezittert. Aber danach war ich komplett entspannt, und ich habe danach auch noch mal eine Übung vorgemacht vor der Gruppe, und ich hatte keine Panik mehr, vor der Gruppe zu stehen, es war einfach weg. Also dieses Gefühl war für mich nicht mehr aufrufbar. So, und jetzt stell dir mal vor, ich hätte mir überlegt, was für, in Anführungsstrichen, Probleme ich alles habe, wo ich alles rumdoktern muss, an irgendwie, was mit mir alles nicht in Ordnung ist, weil ich Angst habe, da vor der Gruppe zu sprechen, oder ich gucke mir einfach ziemlich präzise an, ich bin total immer in Ordnung, aber es gibt ein paar Datenfetzen, die in meinem Unterbewusstsein festhängen. Das ist eine komplett andere Art, mit Dingen umzugehen. Auch eine komplett andere Sicht auf die Dinge, für mich ist sie super kraftvoll, weil sie dich einfach immer in der Schöpferrolle hat, also du bist immer in der Schöpferposition, mit dir ist nichts falsch, es ist alles gut, aber es geht im Grunde immer wieder nur darum, nur in Anführungsstrichen, diese Wahrnehmung, die Datenblips rauszulösen, und die zu transformieren. Und allein diese Erkenntnis finde ich schon so hilfreich, zu sehen, dass es nicht darum geht, den Fehler zu finden, sondern dass es darum geht, die Lösung zu finden, dass man sich das wirklich vorstellen kann, wie wenn du eine Kaffeemühle hast, die Kaffeemühle funktioniert wunderbar, dein Gehirn funktioniert wunderbar aber in der Kaffeemühle sind ein paar Kaffeebohnen, die komplett umhüllt sind von Peanutbutter, komplett umhüllt von Erdnussbutter. So, was heißt das, dass du nicht einfach mit dieser Mühle Kaffee malen kannst, aber sobald du diese Bohnen mit Erdnussbutter entfernst, ist wieder alles gut, du brauchst keine neue Mühle, du nimmst die Bohnen raus und gut ist. Und das war meine Erfahrung in Amsterdam am Wochenende und ich bin so dankbar dafür, ich bin auch wirklich dankbar, dass ich diese Methode lerne, dankbar, dass diese Angst sich gezeigt hat und dass ich da in den Genuss gekommen bin, eine Behandlung, also eine Rapid Resolution Therapie Behandlung bekommen zu haben, das ist einfach lebensverändernd. Und was ich auch noch so über das Wochenende sagen kann, was für mich so augenöffnend immer wieder ist, ist, den Fokus weg vom Drama zu nehmen. Da ging es dann auch um, es gab ja ganz viele so Fallbeispiele und bei einem dachte ich so, ah, das wäre eigentlich so der Klassiker, wo man dann in die Breite gehen würde. Ja, dieses Problem hast du, weil deine Mutter dich schlecht behandelt hat und dies passiert ist und das passiert ist und wie ist überhaupt dein Verhältnis zu deinem Vater und das sind alles die Ursachen dafür. Aber es sind nie die Sachen an sich, die zu den Symptomen führen, die sich dann zeigen. Also es geht nie um die Inhalte, sondern es ist immer die Art und Weise, wie dein Gehirn die Informationen verarbeitet hat. Und da kommen wir wieder zurück zu dem Yoga-Sutra. Es kann zwei Menschen die gleiche Erfahrung machen und mit zwei komplett unterschiedlichen Erlebnissen und Ergebnissen aus dieser Erfahrung rauskommen. Und das liegt nicht daran, dass die Erfahrung anders war, sondern es liegt dann daran, wie die Wahrnehmung der Erfahrung unterschiedlich war. Und die Wahrnehmung der Erfahrung wiederum basiert auf der Art und Weise, wie wir Dinge erlebt haben und was in unserem Unterbewusstsein gespeichert ist. Das ist super spannend. Also ich finde das mega spannend. Und das macht aber auch wiederum die Veränderung leicht, weil es dann wirklich immer wieder darum geht zu gucken, okay, welches Konzept kreiert gerade meine Wahrnehmung? Man kann auch sagen, Thoughts and Feelings are not real. Deine Gedanken und deine Gefühle sind nicht Realität, sondern sie basieren darauf, auf dem, was du erfahren hast und was dementsprechend deine Konditionierung ist. Ist es immer leicht? Nein. Aber ist es immer machbar? Ja. Und das beinhaltet nicht, das habe ich so gemerkt, wenn ich über Rapid Resolution Therapie spreche oder auch wie Rapid Resolution Therapie Tod und Trauer sieht, ja auch komplett anders als viele Konzepte, die wir haben in der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich hatte immer so die Angst, dass es dann so rüberkommt, als würde es bedeuten, dass man die Gefühle und Emotionen invalidiert. Aber das ist nicht die Intention von Rapid Resolution Therapie. Es geht schon darum, zu verstehen, warum Gefühle da sind. Aber dann geht es darum, auf dem schnellsten Weg eine Lösung zu finden, die für dich funktional ist und die dich mit deiner Kraft, Energie, Power, Passion im Hier und Jetzt verbindet. Und als Coach sehe ich es auch als meine Aufgabe an, nicht in das Drama zu gehen, nicht in die Geschichte, warum viele Dinge nicht funktionieren und dann in Problemen zu hängen, sondern vielmehr immer wieder von dem Standpunkt zu kommen, es ist alles in Ordnung. Aber lass uns die Daten lösen, die da festhängen. Lass uns dahin gucken, was Feststecken kreiert und das lösen. So, ich hoffe, du bist inspiriert, denn auch du kannst das ja richtig gut nutzen für dich im Alltag, zwischendurch dir mal bewusst zu werden, was nimmst du gerade wahr, also was ist deine Wahrnehmung, anstatt die Realität so zu sehen, wie sie ist und das als allgemeine Tatsache zu sehen, sondern zu shiften und zu sagen, ah, interessant, das ist meine Wahrnehmung. Okay, ist die jetzt förderlich für mich oder ist es Zeit für eine Transformation dieser Wahrnehmung? Ich hoffe, du gehst motiviert, inspiriert und aktiviert aus dieser Folge raus. Herzlichen Dank, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast. Lass mir gern eine positive Bewertung da, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat. Bei Apple oder bei Spotify, damit unterstützt du die Reichweite des Podcasts und ich danke dir dafür sehr. Verbinde dich gern mit mir auf Instagram, wenn du die transformative Kraft von Rapid Resolution Therapie kennenlernen willst. Du findest auf meiner Homepage eine Meditation, die du dir kostenlos runterladen kannst und ich freue mich auf dich in der nächsten Woche im Empowered Life Podcast. Denn wenn du in deiner Kraft bist, ist die Welt in ihrer Kraft und das wird gebraucht. Und das wird gebraucht. Und das wird gebraucht.